Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, zur zweiten Folge, da hat mir die richtige zweite Folge leider zerschossen, deswegen sind wir ja letztmal aufgehört haben, wo wir die Bäume gefällt haben, aber leider wie gesagt die Aufnahme futsch ist, hier hat sie zerschossen, habe ich weitergebaut gehabt und jetzt zeige ich euch das erstmal. Ich habe hier den Weg angebaut, nichts besonderes, hier im Holz gelegt, die Lücke ausgefüllt, hier noch eben auch noch hier drunter gebaut, sieht auch noch ein bisschen stylischer aus, dass er nicht so die Treppen schwebt. Und zum wichtigsten Stück, was ich dann noch geschafft habe in der Folge, die es ja leider nicht mehr gibt, ich habe hier einen kleinen Erdanbau gemacht, weil ich hier vorhabe, bis zu dieser Erdreihe hier nochmal ein Balkon anzubauen. Auf der Höhe, dachte ich mir so, deswegen und wie ihr seht, habe ich das Holz, wie gesagt, weil es ja mein Aufnahmelaide zerschossen hat, ist ja sehr ärgerlich, jetzt, ich wollte, frag mich jetzt nur, ob ich das aus einem Messergestein machen soll oder jetzt Holz draus, aber ich denke mir eher, ich gehe auf Holz draus. Also der Holzreihe, also da, also müssen wir ungefähr, also müssen wir hier die Erde wegbauen, also müssen wir hier die Terrasse drauf anbauen, auf die Ebene hier, also. Das ist ja, also hier, mal gucken, wie es jetzt aussieht mit der Terrasse, ob es so groß, so klein ist. Ja, sie geht wohl, ne? Gibt bessere Terrasse. Ja, müssen wir uns mal angucken gleich. Ob wir so ein Donnerbisschen größer bauen sollten, ist die Frage. Ja, auf jeden Fall. Habe ich entschieden dazu. So. Ein Erdrehenbau-Ideer könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben. Aber ich bin der Meinung, das ist doch... So. So. Die Erde abbauen. Um zuvor die Schrauffe rauszuholen. Die Geländer drum kommen. So. Mal kurz gucken, wie es wird. Ja, ich bin nicht so ganz zufrieden, bitte ich jetzt nicht. Muss mir mal nochmal gucken. Ich wollte dann hier die Tür so hinsetzen. So hier so ungefähr. Kommt dann der Eingang erstmal. Einmal provisorisch auch nochmal. Einrichten. Ja. 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 Oh, so halten wir es mit dem Haus bündig machen. Ja, denke schon, oder? Nach und doch nochmal bündig. Eigentlich, hä, sieht aber nicht aus. Hm. Vielleicht hier zu sagen. Komisch hin, wie abbauen. Aber irgendwie liegt sie zu klein, die Terrasse. Also, nicht, nicht, auf jeden Fall nicht nach hier raus. Vielleicht nach vorne dran noch eine Reihe, aber. Mehr will jetzt nicht sparen. Und gut runtergehen. Haben wir jetzt Treppen drin. Schwupp. Noch das Holz holen. Oh, FW ist am Rücken. So. Zack, zack, zack. Hopp. 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 Ja, der weg. So. Ich finde das gut für eine Terrasse. So. So, vielleicht. Noch mal eine Idee. Bekommst du mit der Axt? Stimmt, toll. Abfall. So, ich will ja die naturale. Ansonster zu fahren. So, ich kann hier alles wieder ran bauen. So, ich will. So, ich will die weiß noch nicht in den Händen. So, ich will das hin. Ich kann hier alles wieder ran bauen. So, ich bin noch mal die Box von der anderen Seite. So, ich bin noch nicht. ganz zufrieden wie ich damit auch nicht und die Zaube von mir Ruhe so so ja ich denke mal ich komme zu lassen ja auf jeden Fall kurz zum anderen Haus wieder gehen ja scheinen wir jetzt dunkel zu werten ist nicht so toll finde ich ja sieben Stufen habe ich hier sechsmal Zaun bringt mir auch nicht sehr viel aber erstmal jetzt nur zum Gucken reicht das glaube ich dann fangen wir gleich wenn es noch passt in der Folge mit dem Dachbau an Zaun kann man hier nachher noch sitzen vielleicht kriege ich noch eine andere Idee hoch ja gefällt mir schlafen gehen schön fein die Treppe schlafen schlafen Treppenstufen nein kein Faden Treppenstufen da habe ich dieses Eis ich habe Fichte muss ich das nochmal neu anfangen mal neu quafften zack ganz heiß öpp öpp da da soll die Treppenstufen sein ich hoffe ich nochmal hierzu normales Holz haben noch über ja würde ich sagen zack 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 das ist blöd Das gefällt mir. Vorsichtig. Toll. Noch ein neuer Versuch. Ja, könnte klappen. 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 Oh. Ja, war der Winkel zu stark. Und noch dazu ist die Folge jetzt auch noch vorbei. Tut mir da rechtzeitig bleibt. Also, lasst einen Daumen, dann lasst einen Kommentar. Bis später.